Jetzt geht's los! Aktuelles aus dem Wintertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Nachdem alle Profis die erste Nacht im Trainingslager gut überstanden hatten, ging es heute Morgen schon für eine erste Einheit um 10 Uhr auf den Platz. Für alle Spieler, unter anderem auch Chris Heemlein, standen Kraft- und Sprintübungen und natürlich auch jede Menge Action am Ball auf dem Plan. Unseren Offensivmann haben wir uns nach dem Training einmal geschnappt, um einen Fragenmarathon der ganz besonderen Art zu führen. Viel Spaß damit! Ja, herzlich willkommen Chris. Erstmal vielen Dank, dass du heute den Spaß mit uns mitmachst. Es wird so, dass du von uns mehrere Fragen gestellt bekommst. Einmal Entweder-Oder-Fragen und dann Fragen, wie du vollenden musst. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und du bist so spontan wie du kannst und am besten auch so ehrlich wie du kannst. Und zwar Paella oder Tapas? Tapas. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Adrenalin oder entspannen? Adrenalin. Warum? Ja, ich denke, das sieht man bei mir mit jeder Aktion. Auf dem Platz auch. Ich bin nicht mehr so derjenige, der immer Vollgas ist, immer hochdreht. Ab und zu, glaube ich, würde mir ein bisschen Spannung auch gut tun. Auch auf dem Platz. Aber so bin ich ja schon immer. Für mich gibt es nur Vollgas. Jetzt kommt, glaube ich, eine harte Frage. Eigentor oder rote Karte? Rote Karte. Warum? Ja, sagen wir mal so, es gibt nicht wegen unfairen Spiels oder so, es gibt vielleicht Situationen im Fußball, wo du vielleicht mal eingreifen musst. Wenn du zum Beispiel letzter Mann bist und der Mann alleine das Tor zu rennt, in der letzten Minute, dann musst du dich natürlich opfern. Dann musst du die rote Karte in Kauf nehmen. Das würde ich, glaube ich, tun. Okay, interessant. Latte oder Pfosten? Latte. Freitags- oder Sonntagsspiel? Freitag. Instagram oder Facebook? Instagram. Theater oder Kino? Kino. Smartphone kaputt oder schwere Erkältung? Smartphone kaputt. Hund oder Kapfe? Hund. Berge oder Meer? Meer. McDonalds oder Burger kriegen? McDonalds. Okay. Fallrückzieher oder Vollspann? Vollspann. Obwohl der Fallrückzieher immer etwas spektakulär ist. Ja, aber da ich nicht so der Techniker bin, konzentriere ich mich lieber auf das, was ich kann. Okay, das ist eine gute Begründung. Auswärtsspiel oder Heimspiel? Heimspiel. Brille oder Kontaktlinsen? Kontaktlinsen. Jogginghose oder Anzug? Jogginghose. Buch oder Blockbuster? Blockbuster. Handy oder Tablet? Handy. Und Premier League oder La Liga? Premier League. In Ordnung. Jetzt kommen wir dazu, dass die Sätze vervollständigt werden sollen. Die besten Freistöße im Team schießt? Gute Frage. Sebastian Schuban. Mein Zimmerpartner Andreas Vogelsammer. Mag ich? Ja, ehrlicher Typ. Klar voraus. Was Krafttraining angeht, kann ich mir vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Von daher ganz coole Sache. Okay, und nach welcher Karriere möchte ich? Ich denke, weiter im Fußball bleiben. Wie? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen im Trainerbereich oder so, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Der Spaßvogel in unserem Team ist? Ja, wahrscheinlich ich. Und ja, Chris Nöte. Darauf kann ich nicht verzichten? Fußball. Meine Tochter ist für mich? Ja, ich glaube, das Beste, was mir je passiert ist. Meine erste Tat am Morgen? Ja, die Treppen runterlaufen und die Kaffeemaschine anmachen. Und einen Kaffee trinken. Genau. Am Ende der Saison wird Amminia? Auf jeden Fall nicht auf einem der drei letzten Plätze stehen. Sehr schön. Nach diesem Interview werde ich? Erstmal Mittagsschlaf machen und dann die zweite Trinkseinheit absolvieren. Super, dann viel Spaß dabei und vielen Dank, dass du es mitgemacht hast. Danke. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinaus zu gehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Es ist offered so viel FreCHR Bis zum nächsten Mal.